Sehr geehrte Zuschauer, ich darf Sie heute ganz herzlich aus Vorarlberg, aus der Landeshauptstadt Bregenz begrüßen. Sie dürfen mit uns morgen die feierliche Eröffnungsfeier der Festspiele hier erleben. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen hier einige Impressionen vom wunderschönen Bodensee. Ich nehme Sie gerne mit, lassen Sie sich überraschen. Musik So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt an Bord gegangen und zwar auf das Schiffsstadt Bregenz. Und neben mir darf ich den Kapitän, den Herrn Schnetzer, begrüßen. Hallo, grüß Sie. Hallo, grüß Gott. Wir machen einen Ausflug über die Bregenzer Bucht. Welche Sehenswürdigkeiten werden wir erleben dürfen? Die Bregenzer Bucht ist eine sehr beliebte Rundfahrt von einer Stunde. Die Sehenswürdigkeiten sind natürlich die Festspiele, die Festspieltribüne. Dann fahren wir vorbei am Neuenrhein, überqueren den Bodensee in Richtung Lindau, eine bayerische Inselstadt Lindau, ihre Heimat. Und dann fahren wir hier vorbei an Lochau und wieder zurück nach Bregenz. Eine Stunde, volles Erlebnis. Freuen wir uns schon sehr drauf. Und ich sage vielen lieben Dank und Schiff Ahoi, oder? Schiff Ahoi, vielen Dank. Schöne Rundfahrt. Dankeschön. Dankeschön. ut